Hallo Leute, ich bin der Miro und willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Und ich habe gerade beim Schneiden gemerkt, dass es so von Folge zu Folge immer mehr Leechen wird, weil er mir einfach von den drei neuen DLC Operatoren mit Abstand am besten gefällt. Aber über kurz oder lang muss ich auf jeden Fall zu Vakery zurück, weil die Camps einfach zu wichtig sind. Und bevor die Folge losgeht, gibt es noch eine kleine Info. So, ich habe jetzt einen Zweitkanal, der ist unten in der Beschreibung verlinkt und auch in der Endcard angezeigt zum Anklicken. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Täscher ist da auch noch. Hier war einer. Beide, beide da. Täscher und Blackbeard. Blackbeard Hälfte. Herz. Ja, vorm Fenster Blackbeard und Sledge glaube ich jetzt Türe. Ja. Du machst das hier. Los. Stark, hier. Nice, man. Du hast Bock heute, ich sehe das. Morgen wird das. Guck mal, ja, ja, der hat richtig Bock heute die ganze Nacht zu zocken. Und ein paar Hashtags freizukriegen und alles. Aus dem Bus da. Und dann die Waffen sammeln und dann taktisch im Squad zusammenarbeiten, um die anderen zu ficken. Wie so zum Beispiel. Smoke is safe on side, Ella ist im Floor und weg, wie keine Ahnung. Hä? So. Hä? Nur noch Ella, die ist draußen. Konntesten. Secure the room, protect the biocontainer. Secure the biocontainer. Oh nein. Lol, ich hab'n Klasse. Lol. Okay, alles klar. Easy peasy. Ich hab'n Klasse. Charge und Fuse durch die Wand oben zerschossen. Also, erschossen. Oh, kein Safecar. Ich war nicht ganz drauf gefasst, ob der jetzt weg ist. Lass. Okay, ja, der war hier. Hostile Aktivität. Resume, secure the container once the threat is neutral. Stop, secure the container. Oh, ich mach's doch. Mach' den Dropper auf oben. Was noch Zeit. Der ist hinten, ja. Der war dort, dass ich in den Fall reinlaufe. 15 Sekunden remaining. Ist er vorgekommen. 10 Sekunden. Was machen die Randoms denn? Ella hat dich alleine gelassen. Die ist jetzt bei uns hier unten. Ja, super. Der hat gefressen. Das hat er nicht erwartet mit seinem Aufschlagen mit System. Wo steht's denn, Jungs? 3, 2. Die sind hier drin. Die sind hier vor. Ich glaube, von der Stairs, Miro, kommt was. Ja, ich kann gerade nicht. Die kommen gerade bei mir von der Tür aus. Fuck. Ja, bei dir Tür. Einen habe ich gehittet, glaube ich. Oder zwei habe ich gehittet. Wenn jetzt einer von Stairs kommt, bin ich tot. Weil ich kann, also... Weiß nicht. Ich kann zwei, glaube ich, kann das lange abnehmen. Pass auf, nicht ans Fenster laufen. Die haben da Claimor gesetzt. Desuwe, rechts von dir Zügen. Züge. Los, komm. Ich höre bei mir nichts, also wisst ihr wo die drei sind? Was meinst der ist? Warte, warte, warte Ja, nice shit Oh Lord Wie? Äh Bandit Sie war halt noch oben unterwegs Jäger, Jäger ist Schweineraum Habt ihr Ella schon? Jäger war Schweineraum, ich hab keine Ella, ich hab nicht den Rooker Dann nur noch Jäger und Hinter dem ersten Tresen an einem OBJ Hinter dem ersten ist Rook, okay Und hinten im Schweineraum ist Jäger Ja Ja, auf jeden Fall gewesen, ja. Aber da ist offen, er kann rauslaufen und so. Alter, ich interess mich da nicht so. Ja, gleich. Schön, Miro. Ich komm zu dir, Miro. Ja, schön. Ich bleib gethront. Ich bin bei den Zügen und der Dropper ist offen. Ich komm nicht mehr rein. Ich bin bei den Zügen, bei mir ist Bug. Bei mir ist auch einer. Ich weiß aber nicht, wer irgendjemand mit Flashbangs ist. Sven, Miro... Melano, genau. Türe. Oh, Alter. Hinter dir, Melano, hinter dir. Ich hab einmal kurz markiert, in der Türe. Linke Seite. Warte. Noch eine bei mir. Okay, so, ich hab hier die Kahn. Sind die jetzt alle abgehauen? Schöne. Schöne. Moin. Ach, schade. Ich hätte ihn gerne gerettet. Also, steht in den Boxen da. Oh, ein bisschen Gang. Komm zu dir, Gott. Oh, Leil. What? Warum pusht der so weit raus? Und der schenkt ihm den... Die Leute müssen 50 leber haben, die wird grad wieder geholt. Mh, einer ist hier beim Doppelwinderraum, weil ich schon rot... Schnauze hier. Und ne Falle! Nicht peeken, Bandit. Er muss kommen. Ich bin gleich alleine, Alter. Schöne. Das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr was anderes sehen wollt als Rainbow Six, dann checkt mein Zweitkanal aus, weil da wird alles andere kommen. Wahrscheinlich jetzt erstmal in erster Linie Fortnite. Ich habe noch eine Folge, Freitag der 13. Und mal schauen, was noch so alles kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye-bye, Leute. Und ciao.